So, das ist der Sound- und Qualitätstest vom Samsung Galaxy GT1900. Und vom iPod Touch 4G. Ich, ja, hier erstmal die Auflösung. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie stört, dass meine Mutter draußen saugt. Äh, gut. Dann werde ich jetzt erstmal Ton machen. Ich werde immer lauter aus meiner Musik hören. Ich werde immer lauter aus meiner Musik hören. So, also es sollte schon reichen. Und dann könnt ihr mal schreiben, was ihr selber besser findet. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Gut, danke fürs Zuschauen. Gut, danke. Gut, danke fürs Zuschauen.